Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euren Battle for Ezra unterwegs. Und zwar gibt es heute ein kleines Paragon Kisten Opening, jetzt nach längerer Zeit wieder, denn es sind natürlich neue Ruf-Fraktionen mit 8.3 reingekommen und mittlerweile habe ich endlich den Ruf so weit oben, dass ich erfüchtig bin und mir dann dementsprechend nochmal 10.000 extra Ruf gefarmt. Und ihr seht hier, haben wir zwei Kisten und in diesen Kisten können Pets drin sein, die ich noch brauche. Und ja, ich glaube auch, soweit ich weiß, die viere Essenz von bestimmten Essenzen. Dementsprechend drückt mir die Daumen, dass ich die Essenzen kriege und eventuell die Pets, die sind nämlich jetzt noch relativ viel wert, beziehungsweise ich brauche sie natürlich für die Sammlung, aber vielleicht seid ihr ja auch bei den Kisten dran, um da noch ein bisschen Gold zu machen. Ich würde sagen, wir schauen rein, ich habe von jeder Kiste eine, also einmal vom Abkommen habe ich eine und von den Rajani. Ich würde sagen, wir fangen mit der vom Abkommen einmal an. Ah, das war eine Niete und Rajani. Okay, gut, das war eine Nullnummer, ich habe einfach mal gar nichts gekriegt. Also außer natürlich Kriegsvorräte und ein bisschen Gold, was jetzt tatsächlich nicht sonderlich toll ist. Schade an der Stelle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr schon die Kisten erspielt habt, ob ihr irgendwas Tolles rausbekommen habt, Essenzen oder Pets, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich fahre mir jetzt auf jeden Fall weiter und ja, ich denke mal ein paar Wochen, wenn ich wieder Kisten habe, dann sehen wir uns bei dem Format gerne wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.